Mit Soundwave-Grem können Entwickler natürlich klingende Sprache mit mehr als 100 Stimmen synthetisieren, die in mehreren Sprachen und Varianten verfügbar sind. Es wendet die Mainz bahnbrechende Forschung in WaveNet und leistungsstarken neuronalen Netzen an, um die höchstmögliche Wiedergabetreue zu erzielen. Versuchen Sie es jetzt! Das ist eine kleine Katze. Sie ist eine kleine Katze. Geh aufsidee jetzt! No, komm her! Das hier ist warum wir nicht mehr so auswählen. Das ist eine kleine Katze. Du hast es euch selbst gemacht. Auf heute Abend von Wack F*** Wack F*** Wack F*** Oh, shit! Das ist mein new Karpet. Es ist neu! Come on, man! No! No! Why do you like this? Hey Alexa! What does a dog sound like? Shaz! Wack F*** Oh wack f*** Wow, 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 wow. Ich habe das Gefühl. Let me get out! Get out of the cellar! Stop! Get out! Wait, what's happening? Rock! Okay, come on! I'm so tired... What's happening? I got out of the cellar. I got out of the cellar. But I didn't have to do the cellar. You're not tired, you're not tired. I was almost tired. I've really had to do that. I was tired. But I sort of nervous on my own. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020